Die Mutter hat sich wieder so aufregt. Sie hat Probleme mit dem Herz. Danke. Wenn es draußen was zu recherchieren gibt, sagen Sie Bescheid. Ich bin krank, aber ich war jung und... Oma ist da drin. Hallo. Martin ist nicht mein Mann. Wir leben nur zusammen in einer WG. Sie sagt, es wird ein Junge. Warum ist Zelda weggelaufen von zu Hause? Ja, es ist wichtig. Warum lassen Sie uns nicht endlich in Ruhe? Ja. Ja. Ja.